Nach einem bundeschönen Tag hier in Singapur sind wir jetzt auch schlussendlich im Gardens by the Bay angekommen. Die Show habe ich von oben von Marina Bay Sands von der Skybar gefilmt, die Lichtershow. Aber jetzt sind wir auch noch mal hier mittendrin und haben so einen kleinen Einblick in diese, wir sind jetzt hier in dem Supertree Grove, aber jetzt sieht man hier mal so ein bisschen. Ja, ich werde auch noch mal so ein paar Fotos und alles dann noch mal hinten dran packen. Und was hier aber total zu empfehlen ist, also mal abgesehen, dass es mega warm wieder ist, sehr zu empfehlen ist der, jetzt habe ich den Namen vergessen, Flower Dome und Cloud Forest. Wenn man hier ist, sollte man sich das unbedingt anschauen. Ich habe jetzt Singapur an einem Tag quasi abgelaufen und mich hier durchgehetzt. Eine wunderschöne Stadt. Wie gesagt, erinnert mich ein bisschen an Sydney, aber wenn man hier Marina Bay ist, ist es wirklich auch eine eigene Stadt. Also noch mal lieben Gruß an Vanessa, es ist wirklich eine eigene Stadt. Aber wenn man jetzt halt hier so ist, ist es wirklich noch deutlicher, wenn man das jetzt hier sieht, weil das gibt es halt einfach nirgendwo, zumindest habe ich es noch nirgendwo gesehen. Und ja, das ist einfach so das Highlight noch mal so des Tages hier das noch mal zu sehen und somit auch Singapur abzuschließen. Und morgen geht es ja dann weiter nach Indonesien. Also Singapur, vielen lieben Dank für die schöne Zeit hier. Es war ganz großartig. Und auch alle, die ich hier getroffen habe, vielen lieben Dank an der Stelle. Und jetzt genieße ich hier noch mal den Blick hier rund zu gehen und noch mal dieses wunderschöne Bild zwischen diesen unechten Bäumen hier noch mal genießen. Also ganz liebe Grüße noch mal hier von Singapur und morgen dann aus Indonesien. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. So, wenn ihr hier seid, könnt ihr hier sehen, könnt ihr hier sehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017